Das DFB-Pokalfinale. Radek glüht schon mal vor. Am 21. ist es soweit. Samstag ist wahrscheinlich komplett Fußball Deutschland Freiburg. Komplett? Nein. Es gibt so ein kleines Dorf da hinten im Osten Leipzig. Die haben wahrscheinlich was dagegen. Und die haben nicht noch was dagegen, sie sind sogar Favorit. Denke ich auch, ja. Klar. Ich dachte, du spielst jetzt das Intro ein oder daran sparen wir oder wie. Gleich mitten rein ins Geschehen, dass die Freiburger da im Finale sind, ist natürlich einer der größten Erfolge in deren Geschichte. Aber ich glaube, sie sind auch ein bisschen vom Saisonfinale ein bisschen desilisiert, weil sie ja da die Bundesliga verpackt haben. Das war schon extrem bitter, diese letzten Minuten da auch in der Bundesliga. Und auch überhaupt die letzten Spiele, dass Freiburg da natürlich dann gegen Leverkusen nicht gewonnen hat oder schlechter ausgesehen hat. Ich meine es halt einfach dann ein schwereres Schlussprogramm gehabt haben. Und auf der anderen Seite Leipzig hat halt unter Domenico Tedesco immerhin die Rückrunde gewonnen, muss man sagen. Es ist die beste Rückrundmannschaft geworden. Also da haben wir halt einen Lauf gegen eine Mannschaft, die die ganze Saison über ein Limit overperformed hat und jetzt zum Ende ein bisschen eingeknickt ist. Deswegen ist es eigentlich nur eine Frage, wie gut ist die Quote auf Leipzig? Und sollte man darauf setzen oder auf eine Sensation spekulieren? Ich denke, wie du schon gesagt hast, dass wahrscheinlich die meisten Freiburg die Daumen drücken, inklusive mir. Ich meine, ich habe jetzt auch keinen Bock darauf, dass Leipzig den Pokal gewinnt. Wäre jetzt nicht so eine krasse Sensation, aber wenn Freiburg den Pokal gewinnt, wäre ich glaube ich einfach sympathisch und verdient auf jeden Fall. Was Streich auch die letzten Jahre geleistet hat, das wäre einfach konsequent. Aber im Endeffekt ist es eine Quotengeschichte und ich sehe Leipzig halt einfach vor. Ja, interessant hier der direkte Vergleich. Da gab es drei Siege für Freiburg, drei für Leipzig, drei unentschieden. Und die letzten beiden Spiele sind jeweils 1 zu 1 ausgegangen. Und gerade im Rückspiel war ja sogar Freiburg in Leipzig lange vorne. Das sollte man auch nicht so komplett außer Acht lassen. Ich denke, ab dem Zeitpunkt, wo Leipzig dann auf einmal selber die Champions League in der Hand hatte, haben sie vielleicht zu viel nachgedacht oder ein bisschen das Freiaufspielen vergessen. Streich, der hat für sein ganzes Lebenswerk in Freiburg sowas von Titel verdient und in der Bundesliga wird er den mit Sicherheit nicht holen, international auch nicht. Also wäre doch einfach das hier ein richtig, richtig schönes Ding. Ich glaube, aus motivatorischer Sicht muss man auch wissen, wie schlecht Leipzig im Entscheidungsspiel gegen Glasgow gewesen ist. Und wenn Freiburg das Gleiche jetzt in diesem Spiel vielleicht wiederholen kann, nicht was Glasgow gemacht hat, sondern Leipzig so nervös auftritt, dann hat der SCF auf jeden Fall eine Chance. Und mein persönlicher Tipp ist, das gebe ich jetzt hier auch gleich mal ein, ein Unentschieden nach 90 Minuten. Und dann geht einfach Leipzig der Stift und Freiburg macht das 2 zu 1 in der Verlängerung. Also wenn ich hier ein genaues Ergebnis mal mache, dann wäre das bei mir eine 7. Und bei dir, was sagst du denn vom genauen Ergebnis? Ja, es wird wahrscheinlich auf ein 2 zu 1 hinauslaufen, so ähnlich knapp, wie Leipziger vielleicht auch in dieses Finale gekommen sind. Das war ja, glaube ich, sogar in der Nachspielzeit gegen Union Berlin oder in der Verlängerung. Aber ich denke, im Endeffekt, ja, was haben wir denn für eine Siegquote auf die Leipziger? Eine 1,9. Man muss dazu sagen, wir sehen ja hier Radex Kopf, aber er sieht mich nicht so gut, deshalb kann er das nicht sehen. Eine 1,9 für Leipzig. Bei Draw No Bet hätten wir eine 1,45 nur. Das ist natürlich nichts. Und Double Chance Freiburg unentschieden nach 90 Minuten ist eine 1,9 auf Freiburg. Ich würde mich vorstellen, dass vielleicht beide treffen. Ich meine, da müsste es aber schon eine gute Quote geben, weil wir wissen ja, Freiburg war ja lange die Mannschaft mit der besten Defensive. Dann haben sie sich in den letzten vier Spielen irgendwie an die 15 Tore gefangen. Und bei Leipzig sieht es ähnlich aus. Die sind ja immer bekalkt dafür, dass sie gut verteidigen. Ja. Und dann gehen Druckmacher wahrscheinlich davon aus, dass es hier wenig Tore gibt. Aber konträr dazu haben die Freiburger in der letzten Zeit sehr, sehr viele Tore reingelassen, aber auch geschossen. Leipzig kann das natürlich auch mit der ganzen potenten Offensive, die die da aufs Feld schicken. Beide treffen eine 1,8. Auf diese Wette können wir uns, glaube ich, beide einigen, weil wir sind uns ja einig, sobald der Erste ein Tor macht, wird der andere offensiv potent genug sein, um zumindest nachzulegen. Also ich sehe jetzt nicht, dass hier ein Team 1 zu 0 nach 90 Minuten gewinnt. Eher 0-0. Und das ist, finde ich, jetzt auch nicht so wahrscheinlich, weil Leipzig wird nicht bei so einem Alles-oder-nicht-Spiel auf einmal anfangen, möglichst lange die 0 zu halten, vor allem wenn sie halt ihre stärkende Offensive haben. Also Tedesco hat einen super Job gemacht, kann man sagen. Er hat sich so ein bisschen in den letzten Wochen versaut, aber trotz der Rückschläge, die erfolgreichste Rückrunden-Mannschaft in Deutschland, hat letztes Jahr Mainz, glaube ich, geschafft. Jetzt Leipzig, also bringt jetzt auch nichts an, so viel. Gut, Champions League für Leipzig und Freiburg hat es einfach am allermeisten verdient und jeder drückt, glaube ich, Freiburg die Daumen, wir auch. Euch ein wunderschönes DFB-Pokalfinale, uns auch radikiert viel Spaß in Griechenland. Ich hoffe, da gibt es auch deutsches Fußballfernsehen, wenn du es anschauen möchtest. Und lasst uns doch eure Tipps wissen. Ciao, ciao. Otspedia The Sportsbetting Community